Puh, alles klar. Na dann, legen wir mal los. Wir werden jetzt endlich erfahren, was sich innerhalb dieses Sarges befindet, der sich in demselben Raum befindet, wo es auch die beiden Neunertüren gibt, die beiden Ausgangstüren. Was? Du willst mich mal verarschen? Und da drin ist... Alter! Was? Es ist tatsächlich Snake. Was zum Fick hast du da an? Snake? Du, warum? Ah, diese Stimmen. Junpei und Seven, wenn ich mich nicht täusche. Wer sind die anderen? Wo sind die anderen? Sind sie woanders? Alter! Okay, jetzt hast du eine Menge zu erklären, Seven. Ach, Snake meine ich. Hm, ich verstehe. Ich glaube, jetzt habe ich alles begriffen. Okay. Bin ich jetzt über alles aufgeklärt worden? Ja. Aber das erklärt immer noch nicht, warum du hier drin gefangen warst. Wir haben immer noch keinen Hinweis über Zeros wahre Identität. Mal ganz davon abgesehen, warum zur Hölle er all das hier tut. Warum hat er Typ X in Snakes Klamotten gesteckt? Ist all dieses Zeug irgendwie mit dem Nonary Game verbunden, das vor neun Jahren gespielt wurde? Hm, hey Snake, weißt du irgendetwas? Hm. Was, wovon redet ihr denn da? Ich muss mich entschuldigen, aber ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Ach, komm schon. Erzähl uns einfach, ob du etwas weißt. Ich weiß nicht, was ich euch sagen kann. Wie kann ich irgend... Äh... Wie kann ich etwas wissen, das ich nicht weiß? Das ist schlecht. Uns läuft die Zeit davon. Wir müssen Ace hinterher. Was tun wir jetzt? Wir drei können nicht eine digitale Wurzel von neun erschaffen. Ja, wir würden nur eine fünf kriegen. Dann sind wir hier gefangen. Oh, hey. Ich habe mich gerade an was erinnert. Was? Was ist es? Ich, äh... Ich habe vorhin etwas gefunden. Was hast du gefunden? Das hier. Oh, die Null. Von... Aus der Kapitänskajüte. Zeros Armreif. Was hast du gerade gesagt? Bist du sicher, dass Seven die Nummer... Äh... Den Nummer neun Armreif hat? Ja. Wo hast du das her? Clover hat es mir gegeben. Hat sie das? Ja. Wie ist sie darauf gestoßen? Na ja, sie hat es gefunden. Seht ihr? Auf der anderen Seite von der Einsertür. Auf dem A-Deck in der Kapitänskajüte. Sie hat mich gefragt, ob ich das Ding behalten könnte. Weil es etwas zu groß und... Weil es etwas zu groß und sperrig für sie war, um es mit rumzutragen. Er lügt. Er hat... Er hat uns gerade noch vorhin erzählt. Ich habe mir das noch nicht einmal angesehen. Ich wollte nicht die... Äh... Ich wollte nicht die Szene des Verbrechens durcheinander bringen. Wisst ihr? So etwas halt. Naja. Eine Sache habe ich mir allerdings ausgeliehen. Das hat er wahrscheinlich gesagt, damit Snake... Äh... Das hat er wahrscheinlich gesagt, damit Snake nichts über Clover herausfindet. Ah ja, stimmt. Dass seine Schwester gestorben ist. Alles klar, Junpei. War nett, dich zu kennen. Ähm... Was? Komm schon, Mann. Ich mache nur Spaß. Dennoch. Nur für den Fall. Ich möchte sicher gehen, dass der Nuller-Armreif von dem Red erkannt wird. Snake, gib mir... Äh... Snake, hilf mir mal kurz. Okay? Äh... Das gefällt mir gerade nicht. Das gefällt mir nicht. Jetzt haben die drei einen... Und sie ziehen den Hebel. Hauen die jetzt ernsthaft ab? Hä? Warum öffnet sie sich nicht? Ähm... Okay. Die... Äh... Die dritte... Äh... Der dritte Stern ist aufgeblitzt. Das bedeutet, die Nummer... Der Nummer 9-Armreif muss erkannt worden sein. Vielleicht... Vielleicht ist das nicht... Äh... Vielleicht ist das in Wahrheit keine Null. Hä? Was? Diese... Dieser Armreif... Äh... Könnte möglicherweise nicht die Nummer 9... Äh... Könnte möglicherweise nicht die Nummer Null... Äh... Oder die Ziffer Null ergeben, wenn er gescannt wird. Das ist es, was ich sagen möchte. Okay. Warum versuchen wir nicht ein paar andere Kombinationen? Vielleicht können wir... Äh... Auf diese Weise herausfinden, welche Ziffer dieser Armreif tatsächlich beinhaltet. Verstanden. Sie entschieden sich folgende Kombinationen zu nehmen. Okay. Snake, Junpei, Seven und... Äh... Der Armreif. Versuchen wir alle 3 von uns. Wenn diese Kombination funktioniert... Dann... Äh... Hat sich nicht geöffnet. Dann... Dann beinhaltet dieser Armreif keine 4. Also dann. Okay. Junpei, Snake und... Äh... Der Armreif. Versuchen wir Snake, mich und den Armreif. Wenn diese Kombination funktioniert... Dann muss die Nummer für diesen Armreif eine 2 sein. Hat auch nicht funktioniert. Okay. Damit können wir... Entschuldigung. Jetzt musste ich stark husten. Jetzt habe ich auch aus Versehen... Geskippt. Und aus Versehen wieder die gleiche Option genommen. Junpei, Seven und ich. Äh... Und äh... Den Armreif. Wenn diese Kombination funktioniert... Dann ist die Nummer, die der Armreif beinhaltet... 6. Alter! Das hat funktioniert? Sie hat sich geöffnet. Ja, so scheint es. Hä? Das bedeutet, dieser Armreif ist in Wahrheit eine 6. Aber wie ist das möglich? Das Bild... Das... Das Display auf dem Armreif... Zeigt ganz klar eine 0. Oh man, das ist nicht gut. Ich glaube, unsere Zeit läuft gerade ab, hä? Ja. Jedenfalls wissen wir jetzt, dass die Tür geöffnet werden kann. Lasst uns gehen. Aber Snake... Was ist mit dir? Moment, oder? Was wurde jetzt gesagt? Snake, bist du sicher? Achso. Ja... Du weißt, dass nur Junpei und ich durch diese... Äh... Auf diese Weise rauskommen können. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich habe eine Lösung für dieses Problem. Mein... Mein letzter... Meine letzte Lösung. Aber... Aber jetzt ist nicht die Zeit für... Aber wenn jetzt nicht die Zeit für letzte Lösung ist, wann dann? Moment mal. Meint er jetzt damit das... Äh... U-Boot? Zuletzt. Äh... Der letzte Ausweg. Meint er das U-Boot? Hä? Okay. Sie gehen trotzdem durch. Krass. Aber ganz ehrlich, was ist... Leute! Ich muss zugeben, du hast mich da ziemlich überrascht, Kind. Ich, äh... Konnte nicht erahnen, wie zur Hölle du, äh... Da rauskommen könntest. Wie kommt es, dass du, äh... Das nicht direkt gemacht hast? Wie ich es euch bereits gesagt habe. Es war ein letzter Ausweg. Wenn ich es von, äh... Anfang an im Spiel benutzt hätte, hätte... Dann hätte ich einen großen Verdacht erregt. Ich schätze, die meisten Leute hätten... Ich schätze, die meisten Leute wären davon ausgegangen, dass ich Zero wäre. Sobald sie sich davon überzeugt hätten, war ich optimistisch darüber, dass, äh... Meine Chancen ist, hier raus... Leben... Raus zu schaffen, ziemlich genau auf Null sinken. Ich dachte mir, es wäre besser, meine... Es wäre... Ich dachte, es wäre besser, mit den Karten nah an meiner Brust zu spielen. Auf diese Weise war ich in einer Situation, wo... Es nichts anderes gibt, was ich hätte tun können. Ich hatte einen kleinen Trick, äh... Ich hatte ein kleines Ass im Ärmel. Ich habe nur mein eigenes Armband abgenommen. Okay. Oh, stimmt. Der linke Arm meines Bruders ist nicht der einer echten Person. Stimmt! Er konnte seinen echten Arm abnehmen. Also war er theoretisch die ganze Zeit über in der Lage, seinen, äh... Seinen Armreif abzunehmen. Weil er nicht in der Lage war... Oh, das ist clever, klar. Und er hat die Nummer 3 Tür... Und er hat das... Den Nummer 3 Armreif einfach zurückgelassen. Auf diese Weise wird der Auslöser nicht ausgelöst. Krass. Ähm... Aber eine Sache, die mir jetzt sehr merkwürdig erscheint. Habt ihr nicht eine Kleinigkeit vergessen? Santa und June! Hallo! Was ist mit den beiden? Ihr habt die jetzt quasi zum Sterben zurückgelassen. Ich weiß, das ist ein... Äh... Das ist... Das ist merkwürdig, das zu sagen. Aber ich bin froh, dass es ein falscher Arm ist. Man muss sich um die Tür keine Gedanken machen, wenn man gar keinen Armreif hat. Da habt ihr recht. Ich glaube, diese Treppen... Äh... Verbinden die beiden unteren Decks. Sieht nicht so aus, als wäre es unter Wasser. Lass uns durch diese Tür gehen. Okay. Verbrennungsanlage? Hm... Das klingt nicht gerade sehr... Äh... Angenehm. Seht ihr ein... Seht ihr vielleicht einen Hebel in der Nähe des Tores? Ja, hier drüben. Woher wusstest du das? Na ja, ich wäre... Na ja, ich wäre froh, euch mit dieser Geschichte zu beglücken. Ich, äh... Könnte mir vorstellen... Ach so, ich könnte mir vor... Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass es bloß einen halben Tag oder so dauern würde. Äh... Wenn du den jetzt siehst, wird die Tür sich öffnen. Verstanden. Ich mag es nicht, dass wir hier in die Verbrennungsanlage reingehen. Und da steht er. Scheiße. Was? Da ist noch eine 9er Tür? What the fuck? What the fuck? Warum? Was? Warum? Warum ist da noch eine? Warnung. Warnung. Notfallverbrennung wurde eingeleitet. Okay. Wurde erkannt. Oh nein. Automatische Verbrennung wird automatisch eingeleitet. In 9 Minuten. Bitte evakuiert... Bitte evakuieren Sie die Verbrennungsanlage sofort. Oh Mann. Wie aufregend. Du hast schon eine ziemliche Show hier abgezogen, Zero. Was ist los? Zu verängstigt, um es zu verstehen? Lass es mich erklären. Es sagte, dass der Verbrennungsprozess dabei... Äh... Dass der Verbrennungsprozess kurz davor ist, aktiviert zu werden. In 9 Minuten wird dieser Raum von Flammen erfüllt sein. Ah... Hä? Wer bist du? Du er... Du erkennst mich also nicht. Das verletzt mich. Ich bin's. Snake. Snake? Ah ja. Du bist am Leben. Ich schätze, dein bizarrer Stil hat mich verwirrt. Ich bin ziemlich froh, dich hier am Leben zu sehen. Wenn's dir nichts ausmacht, zu fra... Äh... Wenn ich frage, wie bist du hierher gelangt? Snake... Snake, Junpei und Seven. Ihr drei wart nicht in der Lage, eine 9er Tür zu öffnen. Habt ihr vielleicht Clovers armreif benutzt? Was? Ah... Deine Reaktion... Äh... Lässt annehmen, dass ihr's nicht getan habt. Warte einen Moment. Warum dachtest du, dass wir Clovers... Äh... Armband haben könnten? Oh, sie haben es dir nicht gesagt? Was gesagt? Hm... Ganz klar nicht. Normalerweise würde ich mir die Zeit nehmen und den Moment genießen. Aber ich schätze, jetzt gerade, äh... Ist die Zeit extrem begrenzt. Ich schätze, ich muss es schnell machen. Clover! Tu's nicht, Ace! Halt deinen scheiß Mund! Clover! Ich sagte, hör auf! Hör nicht auf ihn, Snake! Was ist mit Clover passiert? Clover ist gestorben. Nein, das ist nicht wahr. Das ist unmöglich. Das ist eine Lüge. Es muss eine Lüge sein. Es ist ziemlich wahr. Ich kann... Ich kann es... Äh... Dir... Ich kann es nur bestätigen. Ich habe sie selbst getötet, verstehst du? Was? Ah, es tut mir leid. Habe ich gestottert? Ich habe sie getötet. Wie er seine Augen aufgerissen hat, der Snake, alter Vater. Es wäre mir lieber gewesen, wenn sie weniger gelitten hätte. Eine Kugel in ihrem Gehirn vielleicht, das wäre ideal gewesen. Allerdings hätte das ziemlich viel Krach gemacht. Den Umständen entsprechend war ich gezwungen, auf das Messer zurückzugreifen. Das, das der neunte Mann bei sich trug, erinnerst du dich? Ich... Ich glaube, ich habe sie genau unter dem Schulterblatt erwischt. Ich hatte ziemliches Glück, um ehrlich zu sein. Mein erster... Mein erstes... Ach, verdammte Scheiße, ey. Mein erster Hieb ging genau zwischen ihre Rippen. Ihr Fleisch war so weich. Mein Messer ist so leicht eingedrungen. Es gab keinen Widerstand. Das Gefühl war... Ich gebe es zu. Ich war ziemlich aufgeregt. Es war ein... Es ist ein mächtiges... Eine mächtige Erinnerung. Eines Tages vielleicht. Hoffe ich, es noch einmal fühlen zu können. Verbrennungsprozess beginnt in sieben Minuten. Ich werde dich umbringen. Hä? Wie war das? Ich werde dich umbringen. Ich werde dich umbringen. Ah, also wirst du... Also wirst du mich umbringen. Bitte tu das. Komm schon. Ich warte darauf. Tu es nicht. Hör ihm nicht zu, Snake. Hör auf, Kind. Er... Er... Macht... Er spielt mit deinem Verstand. Gibt es da ein Problem? Worauf wartest du noch, Junge? Ach du Scheiße. Willst du nicht, dass ich dafür sorge, dass du deiner... Dass du deiner Schwester Gesellschaft leistest? Nicht, Snake. Tu es nicht. Snake. Snake. Alter. Ja. Und Snake wurde gerade erschossen. Ach, Scheiße. Lotus. Beeilung. Hier lang. Hm. Verbrennungsprozess beginnt in fünf Minuten. Gib mir diese Frau. Ich brauche sie. Ohne ihr Armband werde ich nicht in der Lage sein, diese Tür zu öffnen. Schnell jetzt. Ich habe keine Zeit für euren Unsinn. Für eure Shenanigans. Ich verstehe. Es scheint, als hätte ich keine andere Wahl. Der Rest von euch muss auch sterben. Allerdings habe ich nur fünf Kugeln übrig. Eine für Junpei. Eine für Lotus. Und die letzten drei für diesen... Für diese... Für diesen idiotischen Mann, den ihr Seven nennt. Für dieses Stück Fleisch von einem idiotischen Mann. Ja. Ich werde Lotus' Körper mit mir... Äh... Ich werde Lotus' Körper mit mir nehmen und diesen Raum verlassen. Verbrennungsprozess beginnt in vier Minuten. Tja, sieht so aus, als ob unsere gemeinsame Zeit ein Ende gefunden hat. Ich habe es ziemlich genossen, mit euch zu spielen. Verdammt. Auf Wiedersehen. Töte dich. Oh, alter Snake lebt noch? Was? Nein, das ist unmöglich. Ich habe... Ich werde dich töten. Ich werde dich töten. Bleib weg von mir. Zurück. Stopp. Wenn du näher kommst, werde ich... werde ich... Geh weg von mir. Hör mir zu. Ich sagte... Ich sagte, komm mir nicht näher. Scheiße, du Bastard. Alter. Jetzt hat er seine kompletten Kugeln verballert. Verbrennungsprozess beginnt in drei Minuten. Endlich. Jetzt bist du. Töte dich. Alter. Was zur Hölle, Snake? Du wirst nicht davon kommen. Du Hohensohn. Du bist ein Monster. Geh von mir runter. Lass mich los, verdammt. Urgh. Das ist es. Das ist es, Ace. Das war's. Wir waren von Anfang an dazu bestimmt, zu Tode zu... Zu Tode zu verbrennen. Was? Verbrennungsprozess beginnt in zwei Minuten. Verdammt. Verdammt seist du. Geh runter. Lass mich los, du Monster. Okay, okay. Alles klar. Lass mich so darüber nachdenken. Meine Firma... Meine Firma besitzt ein wundervolles Krankenhaus. Es hat exzellente Ärzte. Du... Du bist nicht ernsthaft... Du bist nicht zu ernsthaft verletzt. Ich bin in der Lage... Ich werde in der Lage sein, dafür zu sorgen, dass man dich wieder zusammenflickt. Ganz einfach. Du wirst nicht sterben müssen. Du kannst gerettet werden. Also lass mich gehen. Armselig, um dein Leben zu betteln. Snake! Snake, das ist genug. Du kannst jetzt aufhören. Ja, er hat recht, Snake. Du hast genug getan. Komm schon, Snake. Lass uns gehen. Lass uns hier rausgehen. Du musst mit uns... Du musst mit uns mitkommen. Wir müssen zusammen hier raus. Es tut mir leid, aber ich schätze, das kann ich nicht tun. Es wäre besser, wenn ihr mich vergessen würdet. Ich muss schon bald... Ich muss schon bald die Welt hier verlassen. Und ich werde ihn hier mit mir mitnehmen. Halt die Klappe! Sei still! Ich konnte Clover nicht retten. Meine Schwester ist wegen mir gestorben. Deshalb... Werde ich vielleicht anfangen... Werde ich vielleicht anfangen... verstärkt, dass Snake in Wahrheit hinter diesen No-Nary-Game steckt. Jetzt geht! Geht jetzt! Ihr müsst gehen! Verbrenn... Verbrennungsprozess beginnt in einer Minute. Gott, verdammt, scheiße! Wir haben keine Zeit mehr! Wir müssen gehen! Junpei, was machst du? Du musst hier raus. Los! Snake! Snake! Warte, sei kein Idiot, Junpei! Nein! Nein! Ich muss Snake helfen! Snake! Lass mich los! Lass mich los! Verbrennungsprozess beginnt in 10 Sekunden. Alter! 7, 6... Verdammt! Ich habe kein anderes Wahlkind. Mach mich nachher nicht dafür verantwortlich. Alles klar? Ja, er wird ihn jetzt bewusst los schlagen. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tore 2 und 3 wurden versiegelt. Beginne mit der Verbrennung. Er ist... Scheiße! Verdammt seid ihr alle! Warum? Warum? Warum ich... Ich verdiene das nicht! Antworte mir! Antworte mir Zero! Warum? Warum? Zero! Zero! Alter! Zero! Ach du Scheiße! Und er wurde jetzt echt bei lebendigem Leibe verbrannt zusammen mit Snake oder was? Hey, warte! Junpei! Junpei, wo willst du hin? Ihr bleibt hier. Ich gehe Senta und Jun abholen. Du wirst sie hierher bringen? Wie? Keine Sorge, was das angeht. Bleibt einfach hier und wartet, okay? Ich habe einen Aufzug auf dem Weg hierher gesehen. Wenn ich den zum Laufen kriege, dann vielleicht... Bitte funktioniere. Ja! Ich hoffe, dass... Ich hoffe, dass sich ihm jetzt nicht irgendein grausames Bild bietet, wenn er zu den beiden zurückkehrt. Jun! Senta! Sie sind weg? Ah, verdammt! Wo sind sie hingegangen? Scheiße! Das bedeutet nichts Gutes. Das bedeutet überhaupt nichts Gutes. Scheiße! Fuck! Okay. Wir laufen durch den Aufzug. Wir öffnen diese Tür. Von den Neuner... What the fuck? Oh Gott. Das... Jetzt habe ich mich erschreckt. Oh nein. Ist wieder irgendetwas Beschissenes passiert. Okay. Ich setze einen kurzen Schnitt und dann finden wir im nächsten Part heraus, was passiert ist. Fuck! Wir hören uns mal schmarked. Ich wache das... Ich mache, was ich...